Hallo wieder draußen, hier ist dein Semmelwanderer. Der ist zwar von gestern der Artikel, aber der ist trotzdem so brisant und so gut. Also vermutlich, habe ich noch nicht gelesen. Dem will ich mal zeigen, ich habe den Inhalt schon anderswo gesehen. Aber ich gehe es hier an dem Artikel für euch mal durch. Das ist sicherlich auch gut, um mal in der Diskussion damit argumentieren zu können, wenn man es denn möchte oder wenn es irgendeinen Sinn hat. Aber es ist interessant. Ich denke, das zeigt, was wir für einen Filz haben. Wie sehr die öffentliche Meinung gesteuert ist, die Presse gleichgeschaltet. Aber gehen wir mal rein. Exklusiv. Regierung von Baden-Württemberg zahlte fast eine Million Euro an Journalisten. Der Staat zahlt an Journalisten. Das ist schon eine Verquickung, die zu denken geben sollte, bevor man überhaupt den Artikel angelesen hat. Denn die Journalisten sind die, die eigentlich die Regierung kritisieren müssten. Gut. Die Regierung von Baden-Württemberg zahlte seit 2016 fast eine Million Euro an Journalisten. Fast zwei Drittel der Gelder davon an Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aha. Da haben wir es also wieder. Staatsfernsehen. Was bin ich dafür angegriffen worden, so etwas zu behaupten? Das ist natürlich nicht ganz neutral. Staatsfernsehen. Nein, was erzählst du denn da? Ja, ja. Man kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie es nicht sehen wollen, den Leuten. Die Daten stammen aus einer Liste der Regierung selbst. Diese ist dabei sogar noch unvollständig. Allein ÖRR-Moderator Eckart von Hirschhausen, mein besonderer Freund, bekam über 70.000 Euro. Der Skandal um Journalisten, die von Ministerien und Behörden Gelder angenommen haben, weidet sich immer weiter aus. Das ist passiert. Pleite-Dicker.de legt die Antwort der Landesregierung Baden-Württemberg auf eine Anfrage der AfD-Fraktion vor. Aus der Antwort geht hervor, dass das Land Baden-Württemberg an Journalisten seit 2016 rund 930.000 Euro für verschiedene Aufträge gezahlt hat. Ca. 550.000 Euro davon, etwa 60% aller Zahlungen, erhielten Journalisten die öffentlich-rechtlichen Sender. Von den Journalisten, die für private Medienanstalten tätig sind, erhielten häufig Journalisten der Taz, also ganz weit links, Aufträge von der Baden-Württembergischen Landesregierung. Ja, da füttert man also sozusagen seine Schreiberlinge mit, die politisch auf Linie sind und das ist bei der Taz der Fall. Exklusive Pleite-Dicker.de-Recherchen ergeben zuletzt, dass die Antwort der Landesregierung lückenhaft ist. Der Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen erhielt allein 2022 71.400 Euro vom Gesundheitsministerium Baden-Württemberg. Ja, ja, der hat ja auch schön die Corona-Propaganda gemacht. Laut der Antwort der Landesregierung zahlt das Sozialministerium in den vergangenen fünf Jahren jedoch nicht einmal 20.000 Euro an Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Aufstellung ist also unvollständig. Ihr müsst euch das mal überlegen. Die Propaganda, die uns als Hörnwäsch bezahlen, wir auch noch selber über unsere Steuergelder. Der Skandal weitet sich aus. Und auf Grundlage einer kleinen Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion kam vor über einem Monat heraus, dass Bundesministerien und deren untergeordneten Behörden 1,47 Millionen Euro an Journalisten zeigten. Diese Antwort war jedoch lückenhaft. Aus der ergänzenden Antwort der Bundesregierung geht hervor, dass Journalisten in den vergangenen fünf Jahren über zwei Millionen Euro von öffentlichen Stellen des Bundes erhielten. Knapp drei Viertel der Gelder und 1,54 Millionen Euro flossen dabei an Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das wirkliche Ausmaß des Journalistenskandals bilden aber auch diese Zahlen noch nicht ab. Sämtliche AfD-Landtagsfraktionen haben nun vergleichbare kleine Anfragen an die jeweiligen Landesregierungen gestellt. Und ich würde behaupten, das war nicht der letzte Fall. Ich sage nicht, dass sie alles so gemacht haben. Aber ich gehe davon aus, dass in der Corona-Krise die Journalisten und öffentlichen Opinion-Leader sozusagen massiv bezahlt worden sind, um sich für die Kampagne der Impfung einzuspannen. Davon gehe ich aus. Das Verschweigen. Der Skandal dürfte sich in den nächsten Tagen und Wochen noch drastisch ausweiten. Die Antwort der Landesregierung aus Nordrhein-Westfalen steht etwa noch aus. In pleiteticker.de liegt zudem die Antwort der bayerischen Landesregierung vor. Dort erklärten die Verantwortlichen schlicht, dass im Verhältnis zum Informationsinteresse die Beantwortung der kleinen Anfrage einen unverhältnismäßig hohen Aufwand bedeuten würde und in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht durchzuführen sei. Also wir deckeln das und wollen nicht drüber reden. Also das heißt im Prinzip, wir scheißen auf euch AfD. Ist uns egal, ihr könnt uns gar nichts. Das heißt das. Diese Antwort ähnelt jener, welcher vom Bundesministerium BMI auf die kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion gegeben wurde. Die dem BMI unterstellte Bundeszentrale für politische Bildung hat keine Auskünfte über Zahlung an verschiedene Journalisten abgegeben. Die Anzahl der hier beauftragten Journalisten lasst sich in der zur Verfügung stehenden Zeit seiner kleinen Anfrage nicht beziffern. Hier ist es in der Antwort der Bundesregierung. Das sagt natürlich überhaupt was aus, ne? Denn wenn es in kürzester Zeit nicht machbar ist, na dann müssen es ja ganz schön viele gewesen sein. Wenn es zwei, drei Leute gewesen wären, dann hätte man das wohl schnell rausgekriegt. Also muss es ja wohl eine ganze Menge gegeben haben, ne? Ich muss das Wochenende nicht verlieren meine Sprachfähigkeit langsam. Unabhängigkeit ist Journalismus in Gefahr. Es stellt sich immer mehr die Frage, wie unabhängig Journalisten wirklich berichten können, wenn sie von den höchsten staatlichen Stellen gut dotierte Aufträge erhalten. Das könnte man theoretisch schon, wenn man Berufsethik hätte und es eine allgemeine Zahlung wäre. Aber hier sind es ja gezielte Zahlungen für eine Propagandashow. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Praktisch ist es natürlich aber so, dass der, den ich kritisieren soll, mich nicht bezahlen sollte. Das ist nämlich Hofpresse. Das ist der Hofclown sozusagen. Die Hofberichtserstattung. Dass in Journalisten insgesamt Gelder deutlich im zweistelligen Millionenbereich gezahlt wurden, erscheint aus jetziger Perspektive alles andere als unrealistisch. Und bedenkt mal, die Taz in Berlin wurde, der wurde auch ein Haus für zwei Millionen gekauft vom Staat. Das ist ein riesiger Filz. Sie waschen den Leuten das Hirn, die Leute merken es noch nicht mal. Ich habe heute wieder einmal in der Kurse gefragt, wer weiß, was das WEF ist? Nicht einer. Niemand wusste etwas davon. Die Leute wissen einfach gar nichts, werden voll gebrainwashed und glauben es dann auch noch. Es ist leider so einfach, diese Propaganda durchzuführen. Es ist so simpel. Die AfD wirbelt immer wieder Staub auf. Finde ich super von der AfD. Aber es scheint nicht zu nützen, weil es den Leuten scheißegal ist und sie es nicht hören wollen. Joa, so sieht das aus hier. Ich freue mich, wenn ihr meine Berichterstattung wertschätzt. Und auch meine Meinung, meine Analyse. Und wenn ihr das teilt, verbreitet, mir einen Daumen hoch gebt, bitte diskutiert. Ich würde einfach gerne, Entschuldigung, wachsen. Ja, im Augenblick bin ich noch nicht mal auf einem stabilen Stand, sondern eigentlich baue ich ständig ab, egal wie viele Videos ich mache. Ich würde hoffen, ihr könnt das irgendwie mal ändern. Ihr könnt mich auf Facebook teilen und sonst wo, wo ich nicht bin. Das wäre wirklich toll und dass wir gemeinsam dem System ein Schnäppchen schlagen. Schnäppchen, nicht Schnäppchen. So, das war es von mir heute. Ich muss es Wochenende, ich merke das schon. Ich bin so langsam ein bisschen durch. Macht's gut und wir sehen uns vielleicht morgen wieder, wenn ich mich ein bisschen ausgebot habe. Macht's gut und auf bald. So, das war es super. Vielen Dank.